hallo freunde hallo zusammen heute mal ein bild ein kaffeefilter hat ja unten zwei löcher den möchte ich mal testen vielleicht funktioniert es ganz gut habe angerührt und zwar diesmal von amsterdam expert dieses gelbgrün das königsblau und 11 bein schwarz und weiß ganz normales weiß das weiß würde ich vorher bedecken der rahmen ist 30 auf 30 cm dann lasst uns starten schauen wir mal was draus wird so freunde mache jetzt erstmal weiß als grundschicht angerührt natürlich wieder ganz normal mit dem benylkleber artist junior erst mal schön alles bedecken dass ich das lieber laufen weil da habe ich eine gleichmäßige fläche ja das reicht so gerade gut ausgemessen Timo ok dann kurz mal die luftpresse raus machen ok werde jetzt diesen kaffeefilter nehmen mache aber die zwei löcher zu ich habe jetzt auch kein silikon drin kein cell crater also im prinzip nichts ich schaue mal ob ich noch ein bisschen weiß habe ich tröpfe da schon wieder das ist nichts in der sache ich tröpfe da schon wieder das ist nichts in der sache es muss natürlich dann auch schnell gehen ihr seht es hier ich werde jetzt von außen anfangen also nicht dass ich irgendwie einen fleck habe sondern lass es schnell drüber laufen dass wir schöne linien bekommen und jetzt schauen wir mal ob es funktioniert nicht 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 jetzt kommen erst die anderen farben sehe ich gerade nicht 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 sondern nicht 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 jetzt wird es tropfig jetzt höre ich auf es hängt nämlich an zu tropfen jetzt stellen wir da einfach einen becher runter noch mal kurz erhitzen damit vielleicht noch ein paar luftbewerse enthalten sind ja durch die leichten luftbläschen sind dann noch ein paar kleine pünktchen entstanden das hat aber auch was crazy ok ich lasse es mal vor 10 minuten einwirken das war es nämlich eigentlich schon dieses mal ich möchte jetzt nicht noch irgendetwas anders rein machen also wie selgrator oder silikon ich möchte einfach mal schauen wie das so abtrocknet weil ich finde das netz einen coolen effekt und dann würde ich sagen bis gleich so freunde jetzt von nacheim also ich finde auch die übereinander liegenden farben gibt es wie so einen 3d effekt also ich finde es richtig cool ihr könnt natürlich noch mehr oder weniger machen dann sollte ja nur als beispiel dienen so 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 also ich finde es richtig cool geworden dann haben wir mal diese dickeren streifen dünneren streifen passt ok cool ich hoffe euch hat es gefallen und ich denke da kann man noch viel mehr machen werde ich vielleicht auch machen dann wünsche ich euch was alles gute bis zum nächsten mal tschüss bye